eine polizistin steht an der kreuzung und regelt den verkehr plötzlich merkt sie dass sie ihre tage bekommt leider hat sie noch fünf stunden dienst und nichts dabei dass ihr helfen könnte in ihrer not funkt sie die wache an und bekommt den kollegen burkhard ans funkgerät hallo burkhard bitte tu mir einen gefallen burkhard antwortet jeden sie sagt ich stehe hier bekomme meine tage habe noch fünf stunden dienst und nichts dabei bitte bring mir meine tampons du findest sie oben rechts in meinem schreibtisch und burkhard bitte beeile dich sie regelt den verkehr zwei stunden drei stunden erst nach vier stunden kommt burkhard mit dem polizeiwagen und winkt freundlich aus der ferne mit der tamponschachtel burkhard du bist ein arschloch ruft sie ihm entgegen ich habe dir doch gesagt du sollst dich beeilen warum kommst du so spät ja weißt du als du über funk durchgegeben hast dass du deine tage hast hat peter einen karton sekt ausgegeben reinhold hat einen kuchen gebracht herbert eine flasche whisky wolfgang eine kiste bier und matthias hat auch noch eine runde geschmissen und ehrlich gesagt mir ist auch ein stein vom herzen gefallen dann und und eu du 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 und